Musik Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem 1000 Abonnenten Special Ich will als allererstes mal ein ganz großes Dankeschön an euch verlieren Für alle die mir zusehen, dass ihr so lange am Ball bleibt Wir haben es jetzt schon echt weit geschafft Und ich würde sagen, ich freue mich auf die nächsten 50.000 mit euch Ne, ist echt eine sehr coole Sache Ich hoffe auch weiterhin, ihr bleibt am Ball Ich werde natürlich wieder einiges an Videos raushauen Und dieses Video ist in erster Linie für euch Ich war So ein Zug für zwischendurch muss mal sein Ich war einen Tag bei Magic Glass und habe die Erlaubnis bekommen Euch da mal einen kleinen Einblick in Sachen Glasherstellung zu geben Das will ich heute einfach mal so als kleines Special mit euch teilen Und wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Mundstück hier auf sich hat Dann bleibt bis zum Schluss dran Denn dazu gibt es ganz zum Schluss noch ein paar Infos Ich kann schon so viel verraten Dieses Ding wird streng limitiert und nur bei mir geben Und zwar ist es auf 15 Stück limitiert Also seid schnell Aber dazu gibt es am Ende vom Video dann noch mehr Infos So, bitteschön Im Tag wird, wer Schmerzen kennt Vom Feuer, das die Haut verbrennt Ich werfe ein Licht in mein Gesicht Ein heißer Schrein Feuer frei Bang, bang Bang, bang Die Ahnung ist, wer Schmerzen kennt Vom Feuer, das in Lust verbrennt Ein Funkenstoß In ihren Schoß Ein heißer Schrein Feuer frei Bang, bang Bang, bang Feuer frei Bang, bang Bang, bang Feuer frei Gefährlich ist, wer Schmerzen kennt Gefährlich ist, wer Schmerzen kennt Vom Feuer, das den Geist verbrennt Bang, bang Gefährlich, das gebrannte Kind Mit Feuer, das vom Leben trennt Ein heißer Schrei Bang, bang Feuer frei Bang, bang Bang, bang Bang, bang Feuer frei Bang, bang Bang, bang Bang, bang, feuerfrei. Bang, 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 bang. So Leute, das war's. Ein Tag bei Magic. Kleine Einblicke und natürlich feuerfrei. Ich habe euch ja gesagt, dieses Mundstück hier wird es noch zu erwerben geben. Es gibt, streng Limitierungen nur bei mir, 15 Stück insgesamt, beziehungsweise 15 Stück, nennen wir mal direkt. Es wird es nämlich in drei verschiedenen Farben geben. Die Farben sind dieselben wie bei den Magic Glass Lollies. Gibt es also in Metallic Blue, in diesem strahlenden Rot und in einem etwas, ich sage mal, giftigeren Grün jeweils fünf Stück. Gut, okay, vom Blauen plus meins sind also sechs. Insgesamt, dementsprechend eine streng limitierte Auflage und eher was, wo er euch beeilen sollte, zuzuschlagen. Wie könnt ihr das Ganze im Endeffekt bestellen? Ihr schreibt mir, morgen, Donnerstag, ab 12 Uhr Mittag werde ich die Nachrichten lesen. Alles davor wird ignoriert. Da bin ich rigoros. Ich habe gesagt, morgen ab 12 Uhr. 12 Uhr Mittag. Einfach eine Nachricht an meiner Shisha Bavaria Seite auf Facebook. Da gebt ihr mir mit an die E-Mail-Adresse, wo natürlich eine Rechnung hin muss. Ihr gebt mir an eure Adresse, wo das Ganze hingeschickt werden soll. Und ich gebe euch dann die weiteren Infos. Kosten wird das Teil 45,90 plus dem Versand. Also insgesamt, sagen wir mal, rund 50 Euro. Finde ich, ist für den Aufwand, der bei dem Mundstück betrieben ist, eigentlich eine ganz schöne Sache. An sich ist das Ding hier ungefähr 65 Zentimeter lang. Hat eine neue Technik mit drin, diese zwei Whisky-Teile. Ich blende euch dazu hier links oben wieder so ein kleines Vorstellungsvideo ein, wie ich es immer mache. Damit ihr das Ganze auch mal sehen könnt. Es ist eine neue Technik, die Magic da angewandt hat. Das ist also auch das erste Mundstück, was das Ganze mit haben wird. Und dementsprechend natürlich auch was ganz Besonderes, sage ich mal. Lässt sich super angenehm damit rauchen. Ich finde, es hat die perfekte Länge, um hier einfach gemütlich da zu sitzen und einfach mal zu ziehen. Also wenn ihr so eins haben wollt, schnell sein, morgen Donnerstag ab 12 Uhr nehme ich das Ganze an. Und dann die ersten 15 haben Glück. Der Rest hat leider Pech gehabt. Das Mundstück wird es so auch nicht mehr geben. Ich werde euch dann natürlich bestätigen, ob noch eins verfügbar ist oder nicht. Ich sehe es schon kommen, ich werde mir Nachrichten zugespanden. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächsten 1000 Abonnenten mit euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Ciao! 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 Vielen Dank.